Ich darf mal den Kollegen Gerstenberg bitten in den Ring, wenn möglich. Friedl, wenn du frei befügbar bist, dann komm bitte mal hier in den Ring und schau uns die Klasse nochmal an. Ich habe das Richten beendet. Das ist die Handwerker, die haben so Geschwindigkeiten auf sich, wenn die einen Auftrag kriegen, sind die schon in der Haustür. Wunderbar.